Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Atlantis. Ja, jetzt können wir uns da dran begeben und das Gebäude drumherum erstmal alles weg zu hauen. Ich habe mir überlegt, wir machen dann den Berg hier weiter. Der ist nämlich so schön und... nein, der ist ja nicht schön. Der muss halt einfach hier weg, der Berg. So, nee, ich wollte ja von oben anfangen alles abzubauen. So, schön hier alles abbauen. Da alles weg. So, auf der anderen Seite genau gegenüber haben wir auch noch einen ganz tollen Berg. Den müssen wir ja dann auch noch weg machen. Ja, da muss aber noch mehr Berg weg als hier. So, bumm, 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 bumm. Aber ich werde erstmal so viel weg machen, wie erstmal nötig ist, um überhaupt etwas hinzubauen. Und dann kommt erst die Feinarbeit, dass so viel wegkommt, wie wir nicht brauchen. Ach ja, jetzt habe ich hier... Ja, jetzt habe ich ein bisschen da weggemacht, aber eigentlich brauche ich das nicht. Ach komm, wir lassen das einfach, weil das kommt ja sowieso weg. So, schön, alles weg. So, das muss ja sowieso weg, also können wir schon mal damit anfangen. So, Glowstone, du kannst da leider nicht stehen bleiben. Wir stellen dich da oben hin. So, jetzt machen wir hier alles weg, weg, weg. Ah, nee, das sollte nicht weg. Das sollte nicht weg. So, drumherum muss erstmal alles weg. Ja, bevor ich jetzt weiter die Stufen mache, machen wir uns erstmal wieder hier den Boden hin. Oh, hier ist es ziemlich dunkel. So, machen wir uns erstmal Licht. Da müsste ich noch eine anständige Beleuchtung für machen. Ah, jetzt weiß ich gar nicht, bis zu dem Glowstone können wir so weit... Ah, nein, nein, nein. Ah, jetzt habe ich das weggemacht. So. Oh, ich habe sogar den falschen Stein. Mist. Den da brauche ich. Ach, da habe ich das schon... Ah, das ist doch super. Genial. Dann ist das gut. Dann machen wir eben mal hier hin. So, getroffen, da und so. So, einen drumherum und jetzt kann das hier alles weg. Und hier und da. So. Sieht das gleich viel, viel, viel besser aus. Und ich habe schon ein paar Ideen. Ich wollte ja gerne einen Turm bauen. Hinten auf dem Hügel. Ja, was heißt hinten? Ja, jetzt wisst ihr bestimmt, wo ich meine, wo ich das bauen will. Ja, da hinten wollte ich ja den... So, jetzt... Da, wo das schöne Kreuz ist, da soll der Hügel... Äh, der Hügel... Ja, genau. Da, wo das Kreuz ist, soll der Hügel hin, wo es ja der Hügel ist. Nee. Da soll... Der Turm hin. Oh, die Eisenbahnmusik. Dü, 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 dü. Da kommt der Turm hin. Und ich habe schon ein paar Ideen, wie ich den bauen werde. Oder nee, ich weiß ganz genau, wie ich ihn bauen will. So. Dann machen wir mal. Und zwar... Nicht einfach irgendeinen Vierheck hochziehen, sondern... In einem... So eine Wendeltreppe. Weiß ich aber nicht genau, wie hoch wir das machen. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall soll das aus dem Wasser rauskommen. Bauen wir eine Wendeltreppe. Und das... Da bauen wir dann... Oh, nein. Jetzt habe ich das zu viel weggemacht. Da wird das dann... Ja, das wird daraus der Turm. Hm. Kann ich jetzt schlecht erklären, wie ich mir das gedacht habe. Okay, zeige ich euch dann, wenn wir dann soweit sind. Dann werdet ihr hoffentlich verstehen, was ich meine. So. Ah, es ist wieder ganz schön dunkel hier. Machen wir mal eben der Licht. So, jetzt haben wir Licht. Ich sehe was. Ah, ja. Nein, nein. Da kommt... Oh, da... Ja, da kommt man halt aber nicht durch. So. So. Äh, so. Wir gehen am besten hier rüber. Und... Dup, 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 dup. So. Schon alles hier weg. Äh, das kommt auch noch weg. Das auch. Okay, das war's dann. So. Dann kommt das jetzt wieder so rüber. So. Okidoki. Dann gehen wir jetzt mal wieder zurück. Ah, da kann ich jetzt... Ne, das kann ja bleiben. Die Erde kann ruhig bleiben. Die brauchen wir nicht wegmachen. Aber das... Ach, ne, ich mache lieber da hinten noch weiter. Bevor wir jetzt irgendwas abreißen, mache ich erstmal wieder was hin. Dump, dump, dump. Dump, 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 dump. So. Oh, das liegt jetzt auch cool. Auch schon wieder so dunkel hier. Ne, da lieber nicht. Da weiter. Hallo? Ok, da will er es nicht hin. Hallo, ich wollte das... Ne. So. Gut, jetzt hängt das Licht. Das ist super. Dann kommen wir jetzt da, jetzt da. Da kommt auch noch weg. Und dann, äh, hier. Äh. 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 So, ein bisschen... Ich hänge gerade mit meinem Arm. So, jetzt geht's wieder. Tü, tü, tü. Tü, tü. Tü, 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 tü. Tü, tü, tü. So, ich weiß gar nicht, wo mein Delfin ist. Der ist einfach verschwunden. Ich hab schon geguckt, aber... Gut, ich hab richtig geguckt. Ich hab mich nur ein bisschen, äh, äh, äh... Blablabla. Voll der Karpensalat. Äh, um den... Am... Am... Am Tempel. Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Da ist auch ein Delfin, aber da steht kein Name drauf. Hm. Auf jeden Fall hab ich mich in der Nähe des Samples umgeschaut. So, jetzt hab ich's... Wow. Oh. So, jetzt können wir da weiter nochmal. Oh, jetzt schon wieder so dunkel. Ah, jetzt haben wir wieder Licht. Aber das wird gleich wieder verschwinden. Deswegen mach ich wieder da Licht. Ja, muss ich mal noch hinter gucken. Oh. Jetzt hab ich zu viel weggemacht. Wie ich das mit der Beleuchtung... Jetzt ist es wieder dunkel. So, mit der Beleuchtung wird. Denn den da Glowstorm wollte ich nicht einfach so hier irgendwo stehen lassen. Das sieht dann nicht so schön aus. Ah, hier brauch ich dann nicht mehr so viel wegmachen. Oh, das ist super. So, tututu, du, du, du. So, alles kommt hier weg. Tututututu. Oh, tutututu. Tutututu. Oh, 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 nein. Jetzt brauch ich nochmal Licht. Hier machen wir das am besten. Ja, das sieht super aus. Sieht man wieder anständig was. Plopp, plopp. So. Und da und da und da. Und da und da. Und dann kommt das jetzt... Hallo, ich wollte das. Ja, danke. So. Oh, hier haben wir eine Lücke. Gut, dann machen wir das so. Hallo. Hallo, ich will gerne wieder... Ja, danke. Ich will gerne wieder schweben. So, jetzt schweben wir wieder. So. Pam, 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 pam. Ah, die ganze... Da, 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 da. Da müssen wir auch noch machen. Okidoki. So, alles hier weg. Pam, 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 pam. Aber da habe ich... Oh, da habe ich ja schon ein bisschen was gemacht. Nur noch hier dieses Action. Und hier kommt das auch darüber. So, ist ja nicht mehr ganz so viel. Und dann kann ich mit den Stufen weitermachen. Ach, ne, kann ich ja nicht. Zuerst muss ja der Berg hier, der muss ja auch noch alles weg. Aber zuerst wollte ich ja den anderen noch wegmachen. So, ist alles hier weg. So, und hier kommt auch noch alles weg. Sieht ein bisschen chaotisch hier aus. Aber das wird sich jetzt gleich ändern. Dann, ja, jetzt können wir das da, 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 da. Und hier, pam, 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 pam. Äh, nein, 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 nein. So, so, und so, und so, und so, und so. Und da. So, und hier kommt der. Nein, nicht hallo. Ja, danke. So, wollte ich das gerne haben. So, pam, 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 pam. Und einmal hier. Dum, dum, dum. Dü, 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 dü. Und hier, dü, dü, dü. Ja, hallo, hallo, ja, danke. Dü, 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 dü. Ist nicht so schlimm, wenn wir, wenn ich irgendwas, äh, da ist eine Lücke, die wollen wir mal zumachen. Wenn irgendwas, nein, nein, unter die Sollen, unter den Fuß der Säule kommt. Da oben. Äh, so, ja. Und jetzt gleich fertig, noch eben drumherum um die eine Säule. Ja, und. Uuuuut, fertig. Ja. Jetzt ist alles um den, äh, 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 an dem Gebäude direkt alles mit Boden, äh, so. Alles gemacht mit dem glatten Sandstein. Jetzt machen wir eben die Sandsteinstufen darüber. Äh, 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 äh. Oh, jetzt wieder dunkel, nö. Ah, warte mal, wir machen das jetzt so. So, dann schwebt die an in der Luft, dann haben wir schon Licht. Und dann können wir das so hier rüberziehen. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. So. Und jetzt darüber. So, und wenn wir jetzt da gleich bei dem, äh, äh, wenn wir wieder da am Hügel sind, dann können wir den schön abtragen. So. So, Arm richten. So, jetzt geht's wieder. Ab, 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 ab. Nein, 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 so will ich die da noch nicht haben. Man soll ja da rauf gehen können. Tup, 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 tup. Ähm, ja, so, jetzt geht's wieder einfach, äh, äh, oh, ich hab, glaub ich, nein, ich hab nichts vergessen. Puh, ich hab mir gedacht, ich hätte irgendwas vergessen, aber das hab ich nicht. Das ist gut. Oh, cooles Lied. Bäh, jetzt steht der Glowstone hier im Weg, so. Machen wir das am besten, so. So, jetzt haben wir, oh nein, nein, jetzt haben wir die erste Reihe um das Gebäude mit Stufen fertig. So, jetzt ziehen wir das mal eben noch hier rüber. So, und dann kann das jetzt hier alles weg. Von oben fangen wir an, am besten. Wie weit muss ich rüber? Ja, kommt, da kommt noch einer hin und dann, ich hab mal drei, zwei, ja, machen wir zwei noch extra. Hier kommt auf jeden Fall noch so ein Reihe. Okay, dann müssen wir das alles, muss hier alles weg. Erstmal, da kommt dann aber noch mehr weg, aber das soll erstmal, damit wir genug Platz haben zum Arbeiten und zum, äh, der Stufen hinmachen, machen wir das jetzt alles weg. So. So. Bam, 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 bam. Und. Ganz schön groß, ja, ey. Irgendwie so ein Riesenbohrer oder sowas, wäre echt praktisch. So, das mit dem TNT ist zwar ziemlich cool, aber das ist so, uuuh, so unkontrolliert. Und unter Wasser ist das sowieso doof. Man kann das zwar zünden, man muss das dann aber verpacken und irgendwie, ja, es war keine schlechte Idee, aber nie, das gefällt mir nicht so. Irgendwas anderes wäre noch cool, so ein, ja, so ein Megabohrer oder, ja, keine Ahnung. Eine größere Hand. Könnte man vielleicht mehrere Blöcke auf einmal wegbomben oder so, keine Ahnung. So. Oder wäre doch gar nicht so schlecht, äh, so, nein, ja, wieso mache ich eigentlich wieder Erde da rein? Ja. Gut, muss man jetzt nicht verstehen. Ich verstehe es auch nicht. Buh, 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 buh. Ich glaube, ich habe zu viel weggemacht. Oder, nee, habe ich nicht. Okay, gut, ich habe wieder zu viel gedacht. Dö, 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 dö. So. Bum, 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 bum. Okay, das sieht schon mal soweit gut aus. Das heißt, wir können jetzt gleich die Ecke da machen. Ah, jetzt wieder hier ziemlich dunkel, warte mal, dann machen wir das am besten. So. Jetzt haben wir wieder Licht. Ah, wir müssen ja nicht nur hier die ganze Erde wegtragen. Oder hier will ich das nicht so wegtragen, sondern überall. Uh, Mann. Okay, ist doch ganz schöne Arbeit. Aber es soll ja hinter schön aussehen. Dafür mache ich das ja. Ja, dann machen wir noch ein paar Stufen hier hin. Tü, 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 tü. So, dann machen wir noch ein bisschen Erde weg. ist das viel erde jetzt okay so weit wollte ich dann doch nicht runter soll ja nur vom gebäude aus zwei tiefer gehen als sonst oder sind das hier zwei ja das ja das sind zwei gut okay dann würde ich mal sagen machen der schluss so ich mache noch ein bisschen erde ich bedanke mich herzlich fürs zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr das nächste mal wieder einschalten würdet bis dahin dann bis zum nächsten mal